Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgit's Musikstunde. Heute spielen wir Big Big World. Es sind nur fünf Töne in der rechten Hand und die linke Hand spielt zwei Akkorde. Los geht's! An die Tasten! Der erste Finger liegt auf dem C in der rechten Hand. Wir spielen 1, 2, 3, 3, 3, spielt mit und 1, 2, 3, 3, 3, jetzt kommt 3, 4, 2, 2, 2, macht das einmal in der Luft mit und 3, 4, 2, 2, 2, das gleiche auf Tasten. 3, 4, 2, 2, 2, weiter geht's in der Luft. 2, 3, 1, 1, 1, alle in der Luft. 2, 3, 1, 1, 1, auf den Tasten. 2, 3, 1, 1, 1, und jetzt 1, 2, 3, 2. Wir spielen von vorne die ganze erste Zeile. Und 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2. Und einmal mit Notennamen. Und... Jetzt kommt die zweite Zeile dran, sie ist fast gleich wie die erste, deshalb machen wir die Fingerübung in der Luft nicht. Und 3, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1. Nochmal ab Takt 5, die zweite Zeile und I, 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 F, D, D, D Und jetzt die halbe Nunde, C, I, I, C Gut, drücke die Pause-Taste und spiele es 2-3 Mal für dich alleine. Dann schalte bitte auf Weiter und wir lernen die linke Hand dazu. Die linke Hand hat 2 Akkorde in ganzen Noten und sie spielt immer auf 1. Es geht so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Nehmt die linke Hand, sucht euch ein Stück am Holz und es geht 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und ihr macht immer weiter und ich fange an zu spielen mit der rechten Hand. Und 1, 2, 3, 4, 1. So, jetzt könnt ihr auch auf den Kasten spielen. Ich spiele die rechte Hand, ihr spielt die linke Hand, die Akkorde. 1, 2, 3, 4, C, G, C Akkord, G Akkord, C Akkord, G, C Akkord, G, C, G Akkord, 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 G Prima, das war Big World. Ich hoffe, ihr habt Freude daran und der ein oder andere spielt es auch nach. Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.